Alter, seid ihr groß. Achso, ich bin klein, ne? Bram, erklär doch mal das Spiel, ich hab gar keine Ahnung. Also das Spiel hat eine unfassbare, dupe Story, ja, die wirklich keine Sau interessiert hat. Aber es geht darum, dass du von Raum zu Raum sprintest und du quasi die Fahnen mehr oder minder auf den Weg dahin wegvögelst, ein paar Sachen mitlootest, um dir nachher hier mehrere Gegenstände zu kaufen und weiteriges. Ja, geil. Also das Grinden und man gibt's noch so Equipment und wird man dann krasser? Ne, es gibt Equipment, ja, du lootest auch. Geil. Also du kannst mit I dann im Etat öffnen und dann kannst du halt sowohl von Talenten über Crafting, Cosmetik, alles dabei. Alter. Also du musst dir vorstellen, Rollenspiel ohne Rollenspiel-Aspekt. Ja. Dafür mit mehr Kampf. Ja, geil. Los geht's. Oh, zwei. Aber wir auch so in unserem Charakter spielen, hä. So Leute, jetzt Konzentration, unsere erste Mission. Ja. Hä, was schießt der? Alter. Ich schieße, ich schieße ein, wo ich will. Schießeisen, Junge. Sind schon Gegner da? Ich hab jetzt eingesehen. Echt? Das ist der Level 1 von 1, wa? Hey, Maxim, entspannt. Zack, mit der Armbrust, Junge. Der bewegt sich doch. Jetzt. So. Ja. Stimmt. Endlich. Oh, boin. Oh, Alter. Aber instant. Ja. Gesunder, Alter. Ja, warte mal. Wir haben jetzt eine Rolle gedreht. Ey, hört ihr die Tröte, Junge? Da kommt er. Wo? Holy shit. Alter, Alter. Da kommen richtig viele. Da kommen richtig viele. Holy shit. Jawoll. Immer Headshots machen. Da brauchst du noch einen Schuss. Über COD. Boah, Alter, Junge. Ich hab nicht. Das ist nie bei COD hier. Boah, Junge. Jetzt aber rein. Ich bin schon wieder down. Wieso bin ich immer down? Ich glaub, ich tue irgendwie ungefähr. Ich hab das. Okay, das kennen wir doch schon von Forest. Steh auf, du Arschloch. Toll, Alter. Wer kriegt die Insta den Headshot? Verlieren Leben die ganze Zeit. Bestimmt was nicht, Leute. Ich verliere die ganze Zeit Leben. Konstant. Du verlierst die ganze Zeit Leben, während du brennst. Hast du deine Skills nicht? Du hast doch Story gespielt. Warum hast du deine Skills nicht durchgelegt? Nee, sowas mach ich nicht. Hab ich nen Skill? Oh ja, warte. Macht mal nix, ja. Pass mal auf. Ab du. Der, warte. Der schreit nicht mehr lang. Pass auf. Oh, magst du sehen, ich wieder. Oh, was ist das für einer? Oh, lol. Hier ist ne Rechtszieherpferd Sack. Komm mal her, komm mal her. Der hat sich teleportiert. Wenn man stehen kann, nicht. Ich hab ihn. Der bewegt sich noch. Ja, ab da rein. Jawoll. Reicht mir. Kommt auf. Alter, Alter. Komm, los. Nicht da. Spass. Ich hab verstanden für Condor. Wer ist Condor? Für Condor. Zack, juhu. Headshot. Voll ins Knie. Ich hab ihn dran. Alter, hab ich verstanden. Ja, bitte. Alter. Wow, der hat keinen Kopf. Halt ihn. Halt ihn. Und ruf. Reicht mir. Du hältst. Ich benutze meine Feuersprays gerade nicht. Reicht. Reicht mir. Los geht's. So, alle rein. Was hast du eigentlich? Was hast du eigentlich ne MG am Start, Maxime? Ja, das ist so schlimm. So, die nächsten steig ich aus. Oh, geht nicht. Oh, lol, da hängen sie. Kannst du bitte auch jemand anderen mit deinem Teil zeigen, Maxime. Hier ist ne Pulle. Wolltest du sagen, der Gatling-Mode, der ist schon berühmt. So, hier ist ne Tür. Warte, wait, yes. Hier ist... Ah, hier ist... Hier hängt einer. Jay ist auch im Spiel. Ja, nice. Oh, da hinten sind noch einige. Nein! Jetzt bleibt mehrfach! Oh Gott! Warte, Junge, du kommst nicht durch! Guck mal hier, Junge! Wuh! Boah, das ist noch richtig. Alter, das ist Bane! Oh, hin los! Die wollen, dass ich steppe! Ich will mich nicht steppen! Leute, die boxen mich alle! Wer möchte, Maxime? Vorrücken! Alles gut! Nee, nee, sind tot! Maxime, hast du was verloren? Ja, guck mal her, guck mal her! Alter, das sind einige rötet! Ich bin tot! Ja! 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 Bamm! 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 Boah, dicke Ratte, dicke Ratte! Boah! Ich kann nicht mehr! Ich bin tot! Okay, das war mein Ding, sorry! Ja, wir machen das einfach nochmal! Ich komm jetzt von hinten rein! Bamm! Kalle, das mit dem Feuer ist geil! Alter! Jetzt brenne ich wieder selber! Boah! Alter! Der Ding pops verloren! Ich verstehe immer nicht, wann ich mich selber verbrenne! Da muss ich noch ein bisschen an mir selber arbeiten! Ich hab das schon durchgelesen! Das sind alles Hieroglyphen für mich hier! Nee! Da ist ein fetter! Zack! Alter! Das ist ein fetter! Ich wollte noch recht daneben uns! Komm her! Bamm! Bamm! Leute! Leute, was bist du denn? Alter, Junge! Meine Mutter! Mutter, Ratte! Ratten-Oger! Holy Moly! Die Ratte hat mich! Die Ratte hat mich am Hals! Alter, die prügeln auf mir ein! Jungs! Die Ratte hat mich am Hals! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Wir haben jetzt hier ver... Oh Gott! Alter, wie viele! Winken! Was machst du denn da, Max? Nicht nur rumhängen! Alter! Hä? Aber das war doch... Das war echt schlimm für uns! Jo! Wir sind einfach noch früher ausgeschieden! Jetzt Level 2! Nice! Halt Angst! Ich hab ne Angst! Und ne Truhe! Ja! Schön, äh... Unboxing jetzt! Öffne! X-Taste Pack Opening! Okay, ich hab ne... Ich hab ne Spitzachs! Und ein Schmuckstück! Ja, ich mach jetzt doppelt so viel Damage! Hä? Ich hab jetzt... Guck mal, was ich jetzt habe! Alter, ich hab ne Legendary gekriegt! Echt? Ich schwöre, Bruder! Ich schwöre bei... Warte, warte mal! Ich will jetzt mal bei den ersten Gegnern sehen, was Kalle macht! Kalle, geh mal hin und bring... Listen! Listen and repeat! Lesson 1! Go to the Motherfucker... Ey! Guck mal, ganz schön nice, Kalle! Oh, lol! Alter, hier ist ein Dicker! Hier ist ein richtig Dicker! Nicht drüber! Jo! Der dahinten! Oh, scheiße! Er ist sauer! Wow! Auf mir ist was sauer! Auf mir ist was sauer! Na klar geht der auf mich! Maxi, pass auf! An mir! An mir ist einer wieder! Der saugt mich aus! Bitte, bitte! Ah, Max! Ey! Du musst auch mal ein bisschen selber verteidigen! Oder der hat... Deine Mutter gerufen oder so! Stich doch mal drauf da! Stich ihn ab! Ich gebe den Stich, Junge! Jetzt! Sack! Der liegt doch noch mal nach! Jetzt! Komm! Jetzt! Komm! Komm! Jetzt! Komm! Ist ein Geschicht, Junge! Das vorlaufen für den Radgerung der Altor! Boaah! Alter! So! Prepared! Der hier ist rumpfig... Alter, seht ihr nicht was hier passiert, ey? Es kann sein, dass das hier heftig für mich wirkt, weil ich so klein bin! Maxim, komm mir die Treppen hoch! Dir zu dir, Junge! Die kommen auf dich drauf! Ich bin gekackt! Boah, Alter! Komm, ich halte die Treppe, Junge! Komm doch! Das ist Armageddon ist das! Boah, Alter! Hier regnet! Boah! Komm doch hoch, Junge! Wir halten! Fass noch, Junge! Boah! Ja! Boah! Krieg ich hier mal Support, Alter? Wo? Der Ball hat... Der nehmt je! Der nehmt je! Die Ratte! Alter! Ich komm nicht an den Rand! Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, alles gut! So, los geht's, Jungs! So, und jetzt... Keiner rennt jetzt vor! Boah, Alter, Kalle! Du siehst aus, als hättest du... Drei Tage durchgemacht! Ja! Ich guck's immer noch so auf dich verkatert! Richtig verkatert, Alter! Du bist richtig völlig am Ende, ey! So, los jetzt! Hier ist einer! Hier ist wieder einer! Woah! Warte, ich hab ne Granate, Jungs! Jetzt geht's ab! Oh! Habt ihr's gehört? Ja! Ich werf die Granate! Los geht's! Woah! Okay, das war... Das war auf jeden Fall, oder? Ja! Vielleicht sollten wir doch in die Tür reingehen! Ja, ja! Durch die Tür! Lass zurück zur Tür gehen! Ja! Alter! Kalle Baller drauf! Boah! Ich bin halt alle... Ich hab Junge! Boah! Da ist einer an einem G! Oh, 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 oh! Oder? Nee, das ist ja auch nicht! Nee, die blocken ihn! Die blocken... Hier hinter die Kiste... Die Kiste ist auch gut! Ich verbrenne! Ich verbrenne! Echt? Ja, ich hab mich wieder selber überschämt! Scheiße! Boah! Die kommen ja auch von hinten! Oh, die kommen auch von hinten! Ja, ja, ich hab das! Ich hab das! Komm doch! Komm Junge! Komm! Schick mehr! Ja, ja! Das waren jetzt echt ein paar wenige! Nein! Hat immer noch ein Ei! Okay, irgendwas hat hier... Irgendwas hat hier... Irgend krasser Heiltank! Ich trinke den einfach mal! Da kommt noch! Wo? Die Chaosbrun haut mich! Alle Ultis würde er benutzen, ne? Ja, ja! Der gönnt sich mehr, ey! Der ist von Pupus hier! Der beiß Kalle den Kopf ab! Was? Was Kalle? Wo? Wo? Was? Was ist das? Kalle hat das? Noch nicht die Tür aufmachen! Ähm, die machen selber die Tür auf! Echt? Alter! Der ist abgehauen! Der ist abgehauen! Der kommt wieder! Der kommt wieder! Der kommt wieder! Ja, draußen kommt jetzt gleich richtig viel auf uns zu hier! Hinter uns! Der! Hinter uns! Hilfe! Mein Hals! Ohhhh! 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 Es ist end, Junge! Also runter mit uns, ja? Ja, ich denke auch. Ich glaube, das V wird gleich aufstehen. Ich habe keine Ahnung, wie wir uns jetzt aufteilen! Oh! Leute, hier ist irgendwas passiert! Irgendwas passiert! Ja, die rufen schon wieder ihre Brüdi! Ja, ich mache immer an, ja? Ja, machen wir an! Ist das eine Kanone, die war gleich? Die Kanone macht die Tür auf. Oh, die kommen schon runtergefallen da! Ich sehe das! Wo denn? Da, wo wir herkommen! Alter, da kommen einige! Ja, wir bleiben aber hier oben! Wow! Holy Shit! Wir sind wie die 300 aus Spaß da, Junge! Von einer Seite auf, von einer Seite auf! Leute, von einer Seite auf! Alter, ist das hier ein cooler Sch... Wir machen die erst, bevor wir runtergehen, die Kanone aktivieren, ja? Oh, Junge! Soll ich mal die Kanone aktivieren unten? Ja, ich zünd' mal die Kanone, Junge! Feuer! Okay, ich glaub' wir müssen jetzt durch, Jungs! Wunder! Irgendein Säurevieh ist wieder da! Ja, ist egal, durch! Oh, dicker, 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 dicker! Zurück, zurück! Oh, oh, oh! Ihhh! Ich hab' den Säurebuben! Okay, der geilen Troll ist da! Nee, 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 der kommt dann richtig dicker Mann! Wow, okay, ich hol' die Brandbombe raus! Der geilen Troll! Lock den mal her! Okay, hab' ich... Geil! Oh! Der geht auf mich! Ich hab' keine Mundi mehr! Okay, nein, Max! Du kannst also rennen! Oh, shit! Ich mag' er nicht mehr! Okay, wenn du blockst, du musst einfach seine fetten... Achtung, Notch! Ich seh' dich! Oh, der hat dich komplett zugereihert! War'n übles Wochenende, Bruder! Komm' ran! Oh! Den kriegen wir, den kriegen wir! Jawoll! Ja, der ist müde! Der ist müde! Nee, Mann! Wow! Der ist müde! Der ist gut! Drauf! Drauf! Feste Drauf! Feste Drauf! Auf den Nacken! Nacken! In den S! In den S! Achtung! Und F nicht vergessen! Der hat dich geheilt! Oh, ich bin durch die Säule, glaube ich! Oh, jetzt... Nein! Bitte jetzt nicht! Oh, nein! Da kommen noch ganz viele von hinten! Vorsicht! Ja, nein! Okay! Komm' einige! Ja, wir müssen weiter auf den Drauf! Den Drauf! Jetzt Drauf! Da sind jetzt ungefähr 300 Leute! Ja, wir müssen drauf! Ja, aber wir müssen auf den Dicken! Ja, wir müssen auf den Dicken! Ja, wir müssen auf den Dicken! Boah! Schieß einfach! Schieß! Wenn geht, Range! Oh, wenn er so kotzt, ist halt mega geil! Oh, Leute! Hast du immer noch einen Heiltrank? Nein! No! Alter, Heiltränke sind halt echt okay! Okay, also, blocken ist ganz geil! Okay, wir haben mich, äh... Drauf! Drauf! Oh, geil! Er liegt im Feuer! Stehen alle? Sieht so gut aus! Feste Drauf! Feste Drauf! Ach du jetzt Wasser und Unschlag? Ne, er kotzt! Geil! Aber wir haben ihn gleich! Wir haben ihn gleich! Scheiß Arsch! Rauf, Jungs! Ja! Ja, Mann! Da! Nimm Platz, Junge! Du Flanschberg! Okay, das sieht nach Finale aus! Aber wir hatten den Boss ja schon! Kommen die durch die ganzen schwarzen Löcher? Ist das so ne... Ist das so ne Prediction? Nein! Nein, nein, nein! Die kommen nur durchs Haupttor! Oh, die Tour geht zu! Direkt geht zu! Auf zur Treppe! Maxim! Komm, ich bin hinter dir! Ich bin halt übel low, ne? Da kommen sie! Okay, da oben... Von da oben kommen richtig viele! Oh, wow! Oh, Leute! Moria Ox! Ja klar, die klettern hier runter! Ja, okay, das ist schon mal relativ entspannend! Ich seh halt! Das kriegen wir hin! Ja, es ist halt super dunkel, wa? Wow! Oh, what? Oh! SM-Dude hört mich! Ja, ich seh es! Aber ich komm nicht ran! Problem ist, ich... Also, ich hab den Rücken hier! Jungs! Okay, wir seh ich nicht noch auf der Treppe! Max hat's nochmal ganz kurz! Zurück! Okay, ich bin down! Ja! Oh, von hinten ist auch ein Säureman! Hab ihn! Hier liegt noch Munition! Okay, äh... Bram! Hab ihn einmal! Nee, jetzt bin ich down! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Er ist tot! Er ist tot! Ich hebe... Ich hebe Branden hoch! Okay! Das passiert! Okay, die haben keinen Bock mehr! Die haben Angst! Leute, Leute! Kommt da her! Kommt da her! Ey, 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 ey! Wir sind immer mit der Ruhe! Puh! Puh! Oh, gar nicht! Okay, okay! Licht! Doch! Wir können hier runter! Entkomme! Ja, wir haben lieber geschafft! Entkomme? Entkomme ist doch was Gutes, ne? Ey, ich spring einfach mal! Okay, das ist so nice! Dann spring ich hinterher! Der Ton auf dem, okay, ich spring auch! Alter! We did it! Wuh! Wuh! Alter, es war nur in die Fresse! Sieg! Guck dir mal bitte diese Stats an, ja? Da muss ich auch mal kurz zur Seite rollen! Hier sehen sie... Den Carry! Und schaut bei den anderen vorbei! Ja, unten in der Videobeschreibung! 這 r melodische Musik bei den Arbeits Vera Sangind extras! Die surrendere hier! Das war schon mal geo